ja also herzlich willkommen zurück zu solchen sind wir starten mal wieder mit etwas mehr story frage ist mit wem 42 28 da müssen wir aber weiterhin mit minami arbeiten was natürlich jetzt hier langsamer anfangen könnte laufen dass es dann andere leute wieder freischaltet okay das hätten wir auch schon längst möglich wird 28 14 ja okay dann werden wir mit ihr anfangen hoffen dass wir vielleicht irgendwann mal dann hier das exterminator bekommen event mich in frage weil die exterminator sind vermutlich halt diese terminator ähnlich aussehenden androiden muss ja dann bedeuten dass sie wiederum dann auf einen von den treffen wird was ja 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 okay ouch my back felt like i was inside a washing machine the freaking inspection hatch definitely Ja, das ist ein guter Punkt, ja. Oh, komm mal, Mädel. Das ist nicht die Front. Oh, das war schrecklich. Nur die Idee, dass wir den Sentin gefunden haben, den BJ nutzen konnten und wir den einfach hier gecrasht und haben, eh, who cares. Ja, das wissen wir auch schon, dass das nicht wirklich stimmt. Das würde er jetzt wohl sein. Ja, das ist klar. Ja, ich meine, wir haben ja jetzt hier eh schon so ein paar interessante Situationen. In der einen Seite hieß es, dass wir nur 40 Jahre vor uns zurückspringen können, wir sind aber jetzt hier 85 und wir hatten ja auch schon beim letzten Mal mit Fuyusaka gesehen gehabt, dass sie sogar 16 Jahre nur springen konnte. Also, mal gucken, wie das hier weiterverläuft. Ja, ich glaube. Ja, no big surprise. Moment, er hat noch was zu sagen. Ja, I guess. Das Ding steht ja ganz gemütlich einfach draußen rum. Mhm. Joink. Und. You're not the fastest one. Mhm. Okay. Das würde in sonderweise weiterhin hervorgehoben. Ja, desaster, dass du überhaupt Sachen niedergeschrieben hast. Okay. Ja. Okay. Gucken wir mal wieder. Check the locker. Da hätten wir noch einen weiteren. Ein Pressweiter. Achso, Research. Und, to the back. Oh, boah, immer wieder einer von denen. Ja, jetzt warten wir wieder, bis er da zurück geht. Nein, wir wollen ja nicht gefangen werden. Oh, come on, Mädel. Okay. Oh, yeah. Got it. All right, Monami, listen up. All top secret documents need to be kept extra secure from now on. We can't afford leaks. Too late. Wir müssen ihn in einen Ort sicherer und behalten einen Schmerz auf ihn. Genau, du hast es, Boss. Nicht zu wissen. Wir müssen immer weitergehen. Ich weiß, ich weiß. Zu den Gaten, richtig? Nein. Ich habe ein Signal nicht verwendet. Es kommt in diese Richtung. Was ist das? Ich kann mich nicht identifizieren. Die Stiftung der Stiftung ist extrem hoch. Leave this area, now. Okay. Uh-huh. No, stop, no. Whoa, what the heck? You almost hit me. Run. Hmm, now we'll see the scene. I'm excited. Not smart? Yeah. It's too late. Uh. Yeah, what now? Oh shit. What do we do? What do you do? I've got to hide. That's how fast I got into it. And she knew... Well, well. Please don't make me use force. Just do as I say and come out quietly. Someone else is here. What a surprise. How'd you find me here? I thought number 17 was gone. But its signal led me here. Now that I've found 426, I can't just walk away. Whatever you have planned, I won't let you go through with it. You know Ida was full of crap, don't you? And you still have something against me? Many people fell victim to you. That much is still true. That's why I have to destroy you here and now. You're awfully dramatic for a machine. I don't know. I don't know. And I'm awfully strong too. Wow. His body really is falling apart. I can barely hold my gun straight. Didn't think I'd ever seen you resort to violence. I never conspected it, knowing who you were. I guess, even your heart, it's just a machine. You can't monster yourself. No threat for me. Whatever. Makes it all easy. What the heck just happened? It seems quiet now. Holy crap. What a mess. Ho-ha. Hey. It's a mouse on? Whoa. It really is a robot. It looks just like Usami. Hmm. What are you doing here, Tamao-san? And this. Did you do all this? Matsuo, stay back. Hey, don't jump out like that. She's also an android. Created in Tamao Karabe's image. She's a robot too? I'm the one who called her here. However, as of a few moments ago, I can no longer identify her. Uh-oh. Stay back, Nachano. Huh. I didn't expect you to be here too, Miura-kun. You're... I see. You switched baddies. Nachano. BJ! BJ! Uh... BJ? Say something! Don't worry. He's not broken. What did you do to BJ? Why did you come for him? Forgive me. We seem to have a misunderstanding. I've come for you, Natsuno Minami. What? Those monsters, the ones that destroyed the city, they have a new commander. And it's you. So, starting now, I'll be the one giving you orders. Natsuno. Nachano. Whoa! What the... What am I doing here? And what the heck happened? I'm not here. That's right. I came to get this. And then... I feel like I saw Usami. Uh... Man... I can't really remember what happened here. I can't really remember what happened here. Uh... That... That here... The toilet is completely zerlegt worden. That's right. That's right. We should go before anyone else shows up. Yeah, you're right. Come on. We can't let anyone see you. I can't really see you. I can't really see you. I can't really see you. Und out we go. Dum-di-dum-di-dum. Ow. My cheek kind of stings. Ja. Hey, Segigahara unlockable. Ja, richtig. Der 50% erreicht. Ja, also... Ich bin mir nicht sicher, was dieser Magical Gun tatsächlich nicht zu sagen hat. Aber... Gefühlt, jeder davon wird irgendwie abgeschossen. Okay. 50% wie Anja merkt. Dann gehen wir jetzt endlich mal wieder hier rüber. So, angeblich bin ich Mr. 426. Okay. You're sure there are none of those men in black suits here? Positive. Okay. Schauen wir mal wieder das Übliche an, hier alles abzuarbeiten. Ich höre Morimora's Objektiv. One with great implications. Especially for those from another world. Like me. If Operation Aegis succeeds, we'll never be able to leave this world. That must be it. That must be why I killed her. She seems to have a particular fondness for me. It appears she confessed her feelings to me. And I have yet to give her an answer. What was I going to do? Ja, das wirkt ein bisschen problematisch. Shihiro Morimora, 31. Sakura High School Nurse. A key member of Shikishima's weapon development team. The one I found dead. The note says... 443-685-3214. What could it mean? A password of some sort? Waren es nicht sogar der Countdown? Irgend so was glaube ich in dem Dreh. There's an emblem on it. Maybe it's a car key? No, das emblem wird er vermutlich von der Firma sein. Oral NM C0204 ist printet on the label. The bottles made of plastic. There's nothing inside. Meine, man hat hier vermutlich aber das gleiche Modell genommen. Aber es sind vermutlich die gleichen Tableten, die Shinonomi und vermutlich auch Karabe nutzen. oder nehmen. As long as it's set to stun, it won't kill anybody. But it's strange. Why do I know how to use this? An outdated Transceiver for communication purposes. It has a very limited range. I did see them earlier in the morning. But I haven't seen them at all this afternoon. Do you think they left? I seriously hope so. If a random stranger like me is seen on campus, will that be a problem? Oh, I don't know. Will it? Ich meine, man müsste das trotzdem merken. 60er Jahre Qualität wird wohl nicht mit 2060 mitteilen können oder ähnliches. So, tell me. What does Sakura High like in the future? In the future? Well, there should be a new building up and running. Should be? Yes. You'll see it for yourself someday. Oh, not fair. Well, Mir war auch interessant, dass sie halt immer noch oder allgemein in einem Modus ist, wo sie nicht vielwissend ist. Is anyone just allowed to enter the nurse's office? Well, there's no teacher there, so it's closed right now. Leave it to me. I'll figure something out. Oh, it's you. Yori, what's up? Hey, Sami-chan. What are you doing here? Well, he wanted to check out the school. So I'm just showing him around. Hmm. Oh, cool. Yep. Anyway, we'd better get going. Alright, see you later. Hmm, was weißy? Was? Ich darf noch nicht reingehen. Dann gucken wir mal, was da hinten los ist. Ja, genau. Dafür bist du aber mächtig losgesprintet, was jetzt übrigens nicht mehr möglich ist. Wir haben uns also hier irgendwie reingearbeitet. Was ist an der Desk? Ich will bisher noch nicht viel mehr mitmachen, alles klar. Das ist das untere. Das war noch nicht vielsagend. Das klingt sehr naiv. Da kann ich nicht weiterlaufen. Was hast du jetzt noch? Das Label ist ein bisschen anders, aber es listet die gleiche Medikation. Oral-NM. C0204. Just like the bottle I picked up before. Hm? Noch irgendwas hier? Oh. Oh. Oh-oh. Oh-oh. Sehen wir das Ganze aus, aus ihrer Richtung? Oder seine, müsste man sagen. Das ist das, was ich wollte. Was ich wollte? Öh, was ist das? Säkegaharo, warten. Bist du nicht. Du auch Megumi. Was glaubst du? Hey, Megumi! Oh. Ah, würde man nicht so ein bisschen von seiner Hintergrundgeschichte schon wissen, oder dass er eventuell halt 1-2-6 ist, würde das alles ein bisschen nach Highschool-Dramen mit Waffen klingen. Gucken wir mal ganz kurz vorher. Ok, es gibt nur einen Weg. Ah, das sieht eigentlich kaputt aus. Das Terminal sollte mir sagen, wo ich bin. Quite ein bisschen von Android-Informationen hier. Das alles sieht aus wie Forschung. Ah, hier geht's. Shikishima Tech Lab No. 6. 6. Level underground. So, this is a Shikishima facility. Current year is... 2104? Ich habe 40 Jahre in die Zukunft geändert. Hm, okay. An Android. Ist das, was dieses Ort ist being used für? What the hell? Ich habe diese Terrible-Headache. Könnte es sein, von dem Geist? Oh. Das sieht schlecht aus. Ein weiterer? Oh. Deswegen ist es jetzt nicht so, als hätte ich hier allzu viel, was ich ernsthaft machen kann. Huh. Uh, nothing? No, at the beginning. Oh, 426. That's what this one does here, right now? Okay, sind das die Nanomachines, die wir durch diese Magical Gun bekommen? Aber sie hat zum Beispiel auch gerade, glaube ich, die Waffe eingesetzt. Was ist das? Also ich behaupte jetzt aktuell würde ich sagen, dass Fluffy der Bösewicht ist. Das ist alles so sudden. Ich bin nicht ganz sicher, dass ich sie glauben kann. Aber ich stehe immer diese Hände. Und ich will definitiv nicht sein, dass ich eine Waffe bin. Warum würde jemanden so machen? Ist das irreversibel? Kann ich versuchen, den Kode zu verlassen? Das ist nicht möglich. Der Zugang zu deinen Nanomachines ist restriktiert. Wenn ein Kode oder ein Programm erarbeitet wird, gibt es keinen Weg, ihn zu verlassen. Das klingt gleich dumm. Irgendjemand hat es installiert und hat gesagt, No, wir können ja nie wieder anders dran was machen. Und dann macht es irgendjemand anders und du bist ja schiss. Das ist nicht lang. Das ist nicht lang. Das ist ein Schmerz-Kase. Das Schmerz-Kase wäre in ein paar Tagen. Ein paar Tagen? Ich kann es nicht ausführen, aber es gibt eine Art, um die Effekte zu verlassen. Ich habe hier ein Nanomachines Lab. Ich habe es herausgefunden, indem ich die Daten der Bösewicht des Untergrund. Das ist eine Facilität, die über die Zukunft technologien studiert. Ich kann ein Kode ausführen, die die Effekte zu verlassen werden. Du kannst? Erstmal, wir machen ein Verhältnis. Was? Was ist das? Was ist das? Es ist nichts kompliziertes. Ich brauche nur, dass ich mich ausführen muss. Ich kann mich nicht bewegen. Du kannst mir erzählen, wer du bist. Ein androide. Ich muss mich fragen. Was ist eine junge Frau wie du in diesem Ort bei dir selbst? Hast du das Bein nicht gesehen? Ah. Ich verstehe. Die androide hier sind in einer menschlichen Haut. Just wie du. Oh, das? Ja. Ja. Es ist ziemlich leicht, die Schmerzen an dieser Haut zu sehen. Ich glaube, das Kette ist jetzt aus der Böse. Ich weiß nicht, dass sie hier halt einer der guten zu sein scheint. Und vor allem die, die 426 bereits existiert. Das ist richtig. Okino hat etwas über das erwähnt. Er hat gesagt, dass ein A.I. ein androide verletzt und erhebte. Tsukasa Okino, hm? Ja. Du solltest ihn über DD-426 fragen. Niemand weiß mehr über ihn als er. Ist das so? Also? Wie ist meine offer zu dir? Ich habe wirklich keine Wahl. Dann wird es getrennt. Ich werde dir einige Päckchen für deine Hausten jetzt. Ich würde nicht vergessen, dass du uns über unser Verhältnis verletzt hast. Hm. Wer hat seine Erinnerungen vergessen? Dazugegeben, dazwischen ist ja noch, dass er die Krankenschwester ermordet. Ja, völlig. Damit ist er auch schon auf 42% hochgesprungen. Das war natürlich schnell. Ok, dann würde ich sagen, machen wir den Bosskampf. Maximum 4-Strike-Member. Goto und das Strike-Team. Ok. Ähm. Wir brauchen einen Nahkämpfer. Wir brauchen Goto. Vermutlich einen unserer Sniper. Lass mal ganz kurz gucken, wer von denen mit am besten ist. Attack increases temporarily proportional to distance moved. natürlich doof jemanden der mit einer rei gun hinten sitzt und gefühlte nichts tut evogatos und strike team wobei nicht unbedingt der feine maximum vier eine der turrets wirft einer der nahe kampf ist eine der links hat also von jedem typ ein das wird sentinel gladiator will appear nicht und das schätze ich das nicht aber hey wir wollen alle sachen hier machen also müssen wir halt nur mal no allies are nearby vielleicht geht es ja in ordnung also was ich hier tatsächlich volle kann er nach oben gerade wenn ich sehe wie viele tipps hier schon wieder diese mit haben da ruhig ein paar mehr dabei zu haben emp track da weißt du was die natürlich auch noch mal besser machen sondern dass wir gucken kurabe sentinel noch mal verbessern noch mal mehr power zu bekommen hätte ich auch nicht verkehrt war ja ist die größte movement speed ich glaube genau jetzt ist es so etwas dass er sich ernsthaft einfach machen muss mehr optionen zu haben selbst wenn er vielleicht nicht jemand ist der konstant genug hat was cool dann kann man auch nicht verbessern okay und dann du noch mal kann es auch nicht mehr machen schiert aber das muss ich unbedingt machen immer noch mal zu haben der hier ja lass uns ruhig mal das noch mal verbessern okay das wird eine herausforderung maximum 4 1 2 3 4 ja wir werden jetzt nicht überrannt oh das areal ist klein ja ja Sie sind auf unserer Seite? Sie sehen wie erst-gen Modeln, aber sie geben die Deimos-Signatures. Wahrscheinlich. Sie sind die ersten Generation-Unte, die wir in der Battle in Sektor 2 verloren haben. Also wurden sie verabschiedet und verabschiedetet? Verabschiedetet? Well, es ist vielleicht besser zu sagen, dass sie verabschiedet wurden. Als wir versuchen, die Automated Sentinels zu verabschieden, sie verabschieden wie sie Deimos waren. Während der Battle in Sektor 2, Units von 1 bis 11 wurden von mir beobschiedet. Sie haben 11 Units von dir selbst in der gleichen Zeit? Es war nicht effizient. Und die D-Forces haben sicherlich beeinflusst ihre Prozesse und Fähigkeiten. Und deswegen haben wir sie direkt zu beobschieden. Wir haben zu viele Probleme mit Automation. Ich dachte, sie wurden in der Battle. Natürlich schön, dass die einfach hier unser Zeug nutzen. An enemy Sentinel, Gladiator, notifies all attacks that inflict damage of 300 or lower. Delivered attacks that deal high damage with each blow. To win this, you must destroy 7. Okay. Destroy L7. Oder wie die gewohnten. Loose Conditions. Okay. Ich denke, es sollte klar sein. Wir starten, wie wir es kennen. Ich gehe ein bisschen weiter vorne. Das ist natürlich unangenehm, dass die relativ viel aushalten. Ich würde natürlich sagen, wir packen gleich die Railgun aus für den da. Ein bisschen doof, weil wir wirklich nur ihn treffen. Okay. Rush Attack. Würde ich natürlich eher zu den da rushen. Ja. Das war immerhin mal so ein bisschen Schaden, aber... Nerven war das auch noch nicht. So. Flirtorpedo? Ne, Multilog, denke ich. Multilog und ganz bewusst alle von denen anvisieren. Das ist der eine, kein Schaden nimmt, ist nicht die größte Überraschung. Er hat dann überlebt. Okay. Ich würde sagen, wir gehen natürlich jetzt hier. Oh, wow. Das ist also richtig viel Schaden. Ähm... Ich würde natürlich gucken, dass wir den erst treffen, aber ich werde vermutlich er mich auf den visieren. Ja. Oh, viel Schaden ist es wirklich nicht. Okay. Machen wir nur das. Das ist gerade so genug gewesen. Ich würde sagen, du rennst hier rüber und hilfst aus. I work alone. Aha. Ja, noch nicht ganz, aber das ist erstmal noch nicht so schlimm. Okay. Gladiator Timo Signature. There's only five enemy Sentinels left. Only. Uh oh. Uh oh. Uh oh. We can't afford to hold anything back. Don't try to take them down by yourself. Stay in close formation and rely on your allies. Hm, eh. So. Ich glaube, was wir hier ernsthaft überlegen müssen, ist gerade für die hier, dass die nicht zu schnell voranrücken. Gut. Guck mal, ganz kurz. Was zum Kuckuck sind das? Grintails. Und ein Armort. Wir haben hier die Rollviecher. Ja. Aber ich werde hier einfach... Ich mache einfach mal nur eine Rush-Attacking-Bee. The work alone hat sich gerade wieder deaktiviert. Du musst hier rüber. Unbedingt. Moment, was ist das da? Achso. Das sind schon weiterentwickelte von denen. Hättet ihr einfach das machen. Das nicht genug war... ...unfein. Anti-Air-Bombardment. Long-Range-Missiles. Ja. Das war schon mal etwas. Oh, oh. Der eine dort. Ja, mach mal Rush-Attack, bitte. Um den dazu entfernen, irgendwie. Und nicht den da. Warum siehst du nur den an? Ja, great. Ray-Gun-Time. Unbedingt. Ja, sehr gut. Und auch alle Armort. Machen wir lieber die hier. Ich weiß nämlich nicht, wer die sonst annehmen sollen. Ihr habt nämlich alle nicht die notwendigen Skills dafür. Oh, sind die gleich da vorne welche? Ja. Muss ja nicht sein. Oh, da kommen jetzt immer mehr. Vor allem die ganzen fliegenden Mistviecher. Das ist notwendig. Oh, great. Ja, du sagst das, als wäre das so einfach. Oh, oh. Oh, shit. Oh, not really. Oh, shit. Oh, shit. Ah. Das ist leider immer noch nicht genug. Das macht vor allem zu wenig Schaden. Ich muss mir hier mal tatsächlich kurz die Heavy Knuckles auspacken. Das war nicht verkehrt. Ich muss jetzt mal gucken, wie man das am besten spielt. So vermutlich. Oh, das hat ihn nicht mehr besiegt. Ich glaube, ich mache weiterhin die Multilock-Missiles in der Hoffnung, dieses ganze Kleinzeug zu entfernen. Okay, Raygun-Time. Ja, wir treffen da sehr viele mit. Oh, die können auch springen. Das ist natürlich übel. Das war nicht genug. Holy moly. Ich muss damit vielleicht beide treffen, wenn möglich. Irgendwie. Das Volum ist, das steht mir leider im Weg. Oh, den anderen hat er damit keinen Schaden mehr anrechnen können. Ja. Oh, boah, das ist die Sprenge. Dann ist der eine, der einfach durchmarschiert gerade, finde ich weniger lustig. Okay, gut. Dann muss ich tatsächlich ganz kurz auf den mich konzentrieren. Nice. Hinten ist einer, der ganz bequem macht, was er will. Wie weit kannst denn du ballern? Fast eine Verschwendung. Gut sieht anders aus, aber noch sind sie uns nicht super gefährlich geworden. Nice. Da kommt einiges angeflogen. Also was kümmere ich mal um das Zeug. Ja, ich kann counten. Ja, ich kann counten. Gut. Confirm termination of gladiator dimos signature. Now, the last one. Yep, I can count too. Äh. Oh, da ist noch ganz vorne einer. Aber der ist uns wusst. Gladiator's destroyed. Äh. Ägis activated. Terminal closure complete. Ägis activated. Ägis activated. Terminal closure complete. Sie waren der gleiche Art als der Nummer 12-Ei Pilot. Edison war derjenige, die die ersten Gens zusammengebracht haben. Ich habe einfach nur geholfen. Die Auxilie-Auskarte war von meinem Design, wie die EMPs und die Anti-Aerflares. Aber diese Dinge nie waren für einen Direkt Pilot. Die originalen Speck hatten sie alle Automated. Explains warum der Enemy sie haben. Das bedeutet auch, dass es eine mehr Unstable Connection mit ihrem Pilot hat. Wir mussten ein Limiter auf seine Funktionen. Also, seine true Kraft ist zu verbreiten? Was passiert wenn der Limiter ausgesucht? Du kriegst ein enormes Bedeutung in manöverability. Aber es wird eine unglaubliche Kraft auf den Pilot, auch. Ein kleiner Preis für neue Kraft. Und nichts ein wirklicher Vater von Japan kann. Es scheint, dass es auch seine Vorteile hat. Ich werde die Sekigahara und Nogata wissen. Ja, für jetzt erstmal nicht. Ja, das ist immer noch diese Sache mit Amiguchi und Ida. Wo man sich jetzt mittlerweile immer wieder fragt, okay, ist Amiguchi dann Ida in der Zukunft, die sich dann umbenannt hat? Oder, da es ja mittlerweile Androids gibt, die Menschenhaut haben können, ist vielleicht Ida einfach eine eigene Kopie, die er dann wiederum in die Vergangenheit schickt. Nur halt mit einem anderen Namen. Okay, das war nicht selbstverständlich. Aber diesmal muss man sagen, die Sentries haben vermutlich hier und da geholfen, so ist nicht. Aber ich glaube, die waren nicht das Wichtigste. Ever again. Schaut, dass man das hier nicht gleich einsehen kann, was das für Skills sind. Da würde man sich einiges an Zeit sparen. 10% reicht das? Ja. Und dann hier nochmal vier Leute. Ogata war dabei. Äh, Goto meine ich. Okay, also hier werden wir automatisch erstmal dazu gezwungen aufzuhören. Das heißt, wir werden mal wieder ein paar Punkte ausgeben. Wir müssen gucken, was neu hinzugekommen ist. Brings Back Pass, das kannten wir. Okay, nicht den Tabletten. In the girls' bathroom, the Tamao Kurabi Android destroys the Tomi Kizaragi Android temporarily shots of BJ and shoots Minami in the right cheek. Ich dachte, die Idee war, dass die den Körper getauscht hatten. Oh, hier ist viel. Um, also das alles neu. So, Shinomi comes from the future, destroyed world. Ever since the battle in 2064, her memories have been getting clouded. As her feelings towards Ida fuel her desire for revenge. She tenaciously seeks the culprit behind the incident. Unless she regularly detects her medicine, she suffers an intense headache and amnesia. Many of the first year students will call her Shinomi Senpai Senpai, defied as someone who proceeds to in an organization, is used as an honorific ear to show respect to the senior or superior, that is often used at school or places of work. Wenn man das nicht wusste. Due to the sentinel infection incident, she ends up being force shifted through Sector 4 und questioned by the police in 1984. Whenever Shinomi sees through Amiguchi, she feels a strange surge of jealousy or affection. She comes to realize that his eyes and behavior are just like Ida's. When done in footage from 2188, Ryoko Shinomi is broken hearted after realizing that Ida has been using her from the very beginning. She loses all hope for humanity and alters Project ARC, so that the heavy machinery will purge humans from all sectors. Her goal was to trigger a reset every time the project reaches its final process, causing all sectors to fall into a never-ending loop. Wie er sie scheint bisher der Bösewicht in der Hinsicht zu sein. Takemi Wajima is a delinquent student. He is one of the top dogs in the gang at Niga Guri Industrial School, or the Kuri High. Also known as Tech of Kuri High. He is rough around the edges and has a farmhouse to match. Seems like a tough guy, but he is usually the one getting beaten up. Alright. Automated Factory Part of a fully automated global scale manufacturing network without requiring any human input, everything from planning, production and shipment is automated by the computers. Once it was deemed more efficient to synchronize the production of various factories worldwide, the system reached peak popularity in 2080, a pricing of 1.2 billion factories by 2142. Palgata and Chennai in India have the world's largest plants. The name of the nanomachine and technology used to operate memories, then planting one's memory into another body is made possible by sending information directly to the brain synapses. In March of 2188, Neumann Inc., the industry leader of Interlocator and Shikishima joined forces to make leaps and bounds with this technology. Since then, there has been a rise of crimes in human trafficking and illegal cloning, thought it would be attempts at reincarnating through technology. So, Sentinel, due to the effect of DD-426, pilots who enter the Sentinels may suffer brain damage, lose memories or end, in the worst cases, become mindless vegetables. Even being inside for a few minutes can be fatal. Gen 2, during the Battle of 2064, Isaac Yigahara Pilot is Sentinel number 15. What's interesting is, why oben steht Iori at the number 15. So, 4th generation is all new. These are the latest models of the Sentinels capable of fighting, eh, flight thanks to their giant Tilt-Rotators, so, not Tilt-Roters or whatever. The 4 Sentinels of this generation are 20, 21, 22 and 23. They were made for their purpose of supporting the others. The pilots of each respective Sentinel during the final battle were Shu Amiguchi for 20, Yuki Takamiya, 21, Renya Goto, 22 and Megumi, 23. Multi Rocket Launcher. Second generation Sentinel Armament. Fires of 8 consecutive rockets from the shoulder-mounted parcel ports, dealing extreme damage to the area. The missiles are 3.6 meters in length, 0.4 meters in diameter and weight around 300 kg. Okay, the Giant Mola, here my mafia, officially called Giant Mola, 35 meters tall. A massive Kaiju with both incredible weight and power. This Kaiju specializes in close-quarter combat. Its zinc armor makes it hard to take down with range attacks like missiles and rapid-fire guns. The D-series D-800 large surface excavation unit developed by Shikishima Industries is about built for the third phase of the terraforming project for the purpose of surface construction and modification. Built to withstand the extreme conditions of increased pressure and gravity, as an outer hull composed of especially treated metal with an increased melting point, possesses three articulate legs that allow for autonomous mobilization to any excavation site. Able to perform up to 180 days of continuous operation. The Highquart, officially called Colossus Class Terrain Changer, a giant rowing crane Kaiju that can reach heights of over 100 meters, comes equipped with a multitude of weapons and has thick armor. Therefore, it seems relatively thin. Its plasma cannon fires from the top center of its body, taking a direct hit would melt even the thickest sentinel armor due to its extreme heat levels. The first gen sentinutes from 2064 that were taken during the Kaiju invasion, they became deadly in addition to the Kaiju forces, or so it was thought in actuality to combat the sentinel gaining powers. These were newly developed Kaiju based on the construction data of the first generation sentinutes. Their destructive power is still intact, and they even come equipped with composite ceramic armor. Despite being prototypes, these enemies come with the durability to withstand low power attacks. So, the lab. Although Sector 1 was destroyed by the Kaiju invasion of 2104, this laboratory remained unharmed since it was underground. The destruction of the north building's girls' bathroom was the result of a battle between the Kaotomi Kisaragi Android, who was after Minami, and the Tamao Kurawis Android. This is also when the entity inside of the Kisaragi Android and the Tamao Android switched places. So, the 2400m tall century tower is the city's symbol. Humanity is steadily progressing to a new stage, having made breakthroughs designing AI capable of emotion and space colony construction. This chef's masterpiece uses chicken fresh off the farm and sweet crunchy long onions, that are doused and grilled in a secret sauce. It's forever a mystery how the flavor seems to gradually change every day, satisfying both the long-time regulars and first-time visitors. Canned cat food. Kami, uh, Kami? Kami vermutlich, is the cat food that Megumi buys for Fluffy, a luxurious cat food that only uses white tuna. Woher hat sie bitte das Geld, who knows? Okay, and now we have 17 points to share. We'll do a handful of these, because we'll do a handful of them, so we'll do a handful of them, because we'll do it until tomorrow. Cheeks come. Oh, I'm a spit. Natsuno got this when Tamao Kurawis Android shot her in the face. It looks as if she's been stabbed by a needle. Minami doesn't remember anything about what happened before or after. The red marking almost looks like the number 17. Okay, is this, yeah. Right, uh, she was about to shoot Minami. Tamao's android said, those monsters, the ones that destroy the city, they have a new commander and it's you. So starting now, I will be the one giving you your orders. Yeah, leicht unangenehm. Leak of Darkness, second-gradest common magazine, come on me out. Nenji Ogata's most treasured item when he was in elementary school. How about this? Midpocom? A grade-based educational magazine that was released in 1976. The three gifts attached to this were the Multiplication Train and the Flexi Disc version of Terror of Machademos. PE Bag, School Bag, School Uniform, UFO Mysteries. Here oben nochmal irgendwas Nightmare. The dream Kurabi sees of him killing everyone. Seeing this dream makes Kurabi anxious that he might end up killing Megumi, so he starts to avoid her. In his dream, the man called Yuro Izumi, who resembles Kurabi, claims that the nanomachines in their bodies are what's calling the Deimos here. Toward the end of the dream, Izumi gets shot by a woman who looks just like Fuyusaka. Interstellar Project. Kaiju Invasion. Yep. A defensive battle that took place towards the center area of Ashitaba City. Um, Izumi, Shinomi, and Sugi Kahawa were amongst the Sentinel pilot. Force during this battle. The number 15 sentinel piloted by Zeki-Gahara shut down the systems of all their sentinels. Zeki-Gahara, mhm. Causing the front lines to collapse. Murimura prioritized the lives of the pilots and Force transmitted all sentinels. Ida stayed behind and fought using a remotely controlled sentinel. Gas explosion. Oh, here's Einigis. An incident where Kurabi accidentally summoned a sentinel when he touched Keitaro Murimura's forehead. Kurabi unwittingly transmitted his mysterious giant robot onto his favorite video store in the shopping district. Whoopsie. The news report on TV said that it was a gas leak that caused the explosion and damaged the surrounding buildings. Here, there, haben wir jemanden, der Nachrichten manipulieren darf. At the dock in 1945, Okino added a feature to Sentinel number 19 that copies over the Sentinel Force activation codes to whoever comes in contact with Murimura. This is the reason Kurabi ended up summoning the Sentinel. Yeah, okay. Warum machte er das, ist die große Frage. Passageway Office. Ich meine, wir haben hier einfach so ein paar Sachen dabei, die vermutlich nicht das Interessanteste sind, aber Piltia. Medicine that Murimura administers to Shinomi in the nurse's office, advising her to take it whenever she has severe headaches. Side effects include confusion and disruption of memory. Being large, they are tough pills to swallow. The pill bottle has the label here printed on it. These pills inhibits the effects of DD-426, slowing down the resultant memory loss. They are composed of the same chemicals as the pills Ikigahara received from the Tomi Kizaragi Android before he lost his memories. Aha, aha. So, das ist vielleicht noch interessant, zu gute Letze für heute. So, an Android that looks like Taome Kurabi, was developed by Ida and Tamau's memories, were transplanted into it during the battle against the Tomi Kizaragi Android 426. Aha, 426 in 1985. Tamau's body is taken over by 426. Der Star 426 mit dabei ist wahr und auf den ersten Blick meines Erachtens ist nicht klar, aber gut zu wissen. Das heißt also, er ist nicht Ai Sakigahara? Okay. Ja, viel haben wir hier noch mal rausgelesen und damit würde ich sagen, kommen wir von heute zum Ende. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.